Musik Ja, liebe Kameras, Freunde, das sind die Munizörer Junge mit ihrem Präsidenten. Wir haben uns ja vorige Woche schon gesehen, wir haben mit dem Dreigesternbaum eingeladen, war eine super Stimmung, wir wollten gar nicht mehr weg, aber wie das so ist, man hat ja immer mehr Verpflichtungen, aber wir sehen uns sicherlich wieder. Aber was ich noch sagen wollte, habt ihr nicht eben gesehen, der hier die Truppe angeführt hat? Wo ist er? Das Entsiedler Junge ist der Armin Gerdes. Auch wir freuen uns natürlich selbstverständlich, heute hier im Gegenzug bei euch auf der Gerdesitzung und ich bin natürlich nicht alleine gekommen. Ist das nicht ein tolles Bild? Ist das nicht ein tolles Bild? Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Auf meine große Karne, wir haben auch zu uns warnen. Komm, Julia, komm zu mir. Jetzt muss ich euch vorwarnen. Wer dir in den Augen zu sehr weh tut, und da wir auch die Knochenschmerzen nur vom Zug gucken, dann guckt mal ganz kurz nach links oder nach rechts. Das ist sogar für die Kundensache, dann könnt ihr wieder nach vorne gucken. Aber mir tun regelmäßig Knochen weh, wenn ich sie tanzen sehe. Liebe Julia, ich darf dich nicht mehr machen. Ich darf dich nicht mehr machen. Ich darf dich nicht mehr machen. Vielen Dank für euren Besuch. Es war eine Bereicherung für unsere Veranstaltung. Wir sehen uns zunächst wieder, denke ich mal. Und bis dann, vielen Dank. Trotzdem möchte ich noch euch aufrufen. Och hör! Frau Siedlung! Und das Dreigestirn! 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 Vielen Dank.